Herzlich Willkommen! Seit 2004 haben wir den ganzen einfachen Leidschatzen, der gilt immer noch. Mehr Bekanntheit, mehr Gäste, mehr Erfolg. Wir sind eine Marketingplattform zum Konsumenten und keine Inzugsvereinschaft. Das ist Leidenschaft. Das ist eine Branche, wo man die Sinne aktiviert, Leidenschaft mit reinbringt, das ist sehr emotionell und das fasziniert mich, auch wenn wir jetzt mehr auf dem Medienbereich sind. Aber so ein Anlass wie heute widerspiegelt das hier wieder. Vielen Dank.